Es war schon ein Kindheitstraum, im Ausland zu spielen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute hier bei der Eintracht Frankfurt stehe. Praktisch aus dem Nichts der Ausgleichstreffer von Daishi Kamada. Nachschutzmöglichkeit für Daishi Kamada. Und dann ist es wieder. Daishi Kamada, Weltklasse-Tor, 2 zu 0. Daishi Kamada mit seinem ersten Ball in der Bundesliga. Hasebe, weil er so viel Geld hat. Timmy, er ist so laut. Daishi Kamada hat den Ball an der Schlagungkante, hat jetzt den Schuss... Super, 1-3, Daishi Kamada, der lässt alles stehen. Daishi Kamada, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Das ist ja ein Traum-Tor. Daishi Kamada, der lässt vier Leute stehen. Dann geht Lindström vorbei, ist im Streifraum. Auf der rechten Seite, was macht er? Zur Mitte, Kamada, Tor! Daishi Kamada, da ist er wieder! Zieht jetzt mal in die Mitte. So, wieder auf Lindström, Lindström, jetzt gespeckt auf So, So quer! Hier! Ball ist ein Tor! Ball ist ein Tor! Tor, Tor! Kamada stupst ihn rein! 2 zu 1, Eintracht führt wieder! The Congratulations Thank you Applause Congratulations. Guten decorations Bravo! Zeig mal, zeig mal die Kamera. Super, danke. Ich bin sehr froh auf das Team. Und nächstes Spiel auch win. Ich bin sehr froh auf dem Team, und ich will das, was ich für die Team gewinnen möchte. Für die Team. Ich bin sehr froh auf der vom Spiel. Ich will das für die Team. Ich werde das Team gewinnen. Ich will das Team gewinnen.